Weißt du, was ein Wahlversprechen ist? Na, aber immer. Pass mal genau auf. Leute, es gehört zu den Ungewissheiten der Nacht. Da stolpert einer über ein Motorradblech. Und schon haben wir eine Wahlnacht. Mal hören, was uns der Sprecherkandidat Nepomuk alles zu sagen hat. Arm oder nicht, Nepi bringt euch Licht. Und wenn der, der unserem Kasi das Licht abgerührt hat... Um das klarzustellen, ich habe nicht unserem lieben Kasi das Licht abgedreht, sondern den... Ich hatte persönliche Gründe. Wenn der, der das Licht aus welchen Gründen auch immer abwirkt, sodass die Masse der Wähler in die schlimmsten Auffahrunfälle in der Geschichte des Dorfes stürmt... Hört, hört! Wenn der, sage ich... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Du, was wirst du denn für eine Rede halten? Na, gar keine. Ach, was? Dann wirst du aber nicht gewinnen. Doch, gerade. Ich denke nämlich an einen ganz anderen Wahlkampf. Oh, Leute. Oha, das kann ja heiter werden. Heiter? Heiter ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, das kann man hier nicht gewinnen.